Wo wollen wir singen, fröhlich wollen wir sein, so ist es heute und so soll es immer sein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier Zigeuner, nimm deine Friede, spiel für mich ein freudiges Sieg, Kummer, Sorgen, sie sind vergessen, wenn die Geige singt. Sehnsuchtsvolle Leidenschaft, Traum nach Heimat wird in mir wahr, spiel Zigeuner, spiel für mich. Lass die viele Klinge, spiel auf. Aus dem Wagen dreht es Frauen, lachen in die blaue Nacht. Lied der geile Tanz der Seiten, hat die Seele froh getrunken. Vielen Dank und die Anerkennung und den Respektaussprechung für die lange Tradition des Chorgesangs hier in der Gemeinde und hier in der Region. Es entstanden bürgerliche Niedertafeln, Niedergrenze, letztlich daraus die Männerchöre. Und es war die Kraft des Gesangs, die die liberalen und nationalen Ideen in dieser Zeit gegen den Uflichkeitsstaat transportiert hat. Musik, Gesang, insbesondere die Stimme, war Begleiter und sie war Motor dieser Revolution. So scheinen mir doch, ist dem Menschen der Gesang und auch der Chorgesang offenbar doch wichtiger, als es manchmal dem Anstrengen gibt. Der Chorgesang ist in einer Krise, das will ich nicht leugnen, aber ich will Hoffnung machen. Denn diese Krise ist zu bewältigen. Deswegen bin ich mir sicher, sie ist zu bewältigen, weil das Sinne ein grundsätzliches, natürliches Bedürfnis des Menschen ist. Musik verbindet und hat auf Körper und Geist eine heilsame und positive Wirkung, wie das der Heilamtrat ausgeführt hat. Voraussetzung ist die Freude des Sängers und des Musikers an seiner Musik und das Engagement im jeweiligen Verein. Musik. 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 Musik.